Hallo ihr Mäuse, alle kennen es, viele nutzen es, ihr redet es vom Online-Radio. Ich für meinen Teil nutze es ganz gern, denn ich mag es, wenn mir jemand neue Bands und Songs zeigt und dazu was zu quatschen hat. Und da will ich euch mal meine beiden Lieblingsschnupen nahe legen. Da ist zu einem der Daniel aus Wolfsburg, Olaf in München, und die gute Pitti aus Hamburg. Der gute Daniel, seit unfassbaren 19 Jahren hostet er seine Show hart und direkt querbeet durch all mögliche Metal-Genres. Jungliert ihr jeden Dienstag eine Stunde an Songs von den ganz großen sowie den ganz kleinen Undergroundern. Kommen wir zu Pitti aka DJ Ghost. Jeden Mittwoch knallt ihr uns deutsche und internationale Brotanität um die Ohren. Das Ganze spielt sich in ihrer einstiegenden Show Brutal Obsession auf dem Sender Metal Messiah Radio ab. Also, hört man bei den Wahlen rein, ich kann sie nur empfehlen. Okay meine Teutchen, das war's für heute. Gruß geht an Pitti nach Hamburg und Daniel nach München. Und wir sehen uns morgen. Adios. Ich bin von mir, ich bin von miröl. Und wir sehen uns morgen. So levels ich bin mit einem Dreyingsrust.